Hey Leute! Heute werden wir ein episches Video drehen, das es so noch nie auf unserem Kanal gab. Heute gibt es den lang erwarteten Campus-Rückblick, in dem wir euch die geheimsten Orte zeigen, die ihr noch nie gesehen habt. Los geht's! Wow! Das ist so gut! Kommt rein Leute, auf geht's, auf geht's! Okay Leute, seid einfach leise, denn Chuck sitzt hier, direkt am Eingang. Und wir müssen aufpassen, dass er uns nicht sieht, denn er lässt niemanden rein, nicht einmal. Chuck ist nicht da! Äh, Hopla, wo ist der? Er schwänzt wieder! Er ist wirklich nicht da! Er ist wahrscheinlich wieder auf dem Klo und beobachtet den Campus. Schauen wir nach, wo er sich rumtreibt! Los geht's! Wusstet ihr, dass Chuck uns über die Überwachungskameras beobachtet? Ja! Schaut mal, wer hat die Sachen verkauft? Wo ist Ponca? Äh, macht Mittagspause! Wer ist das? Wer ist das? Das ist, das ist, das ist! Ist das Lia? Lia? Ja, das ist Lia! Jetzt bist du der neue Chuck! Sehe ich aus mit Chuck? Ich denke, du siehst so ähnlich! Schaut mal, was ich hier habe! Er hat einen sehr bequemen Stuhl, man kann ihn auch so drehen! Puzzle, wollen wir jemanden einsperren? Lass uns Chuck entsperren! Okay, machen wir! Wo ist Chuck? Lasst uns Chuck finden und den einsperren, ja? Wir müssen ihn anlocken! Hehehehe! Hehehehe!